So, jetzt haben wir ein Foto vor uns liegen. Das können wir doch benutzen. Das können wir vorspulen. Und jetzt fokussieren wir mal auf das Foto. So. I could frame any one of you on a dark corner and capture you in a moment of desperation. Shush, shush. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumbembert... Right back where I started this insane week. And nobody is going to hurt Chloe ever again. The photo portrait has been popular since the early 1800s. Deine Generation war nicht die erste, die Bilder für Selfie-Expression benutzen. Sorry, ich konnte nicht resisten. Der Punkt bleibt, dass die Porträtzung immer ein vitaler Aspekt von Kunst und Fotografie war, für so lange, wie es sich umgekehrt hat. Jetzt, Max, seitdem du unsere Interesse getroffen hast und du klar bist, kannst du uns bitte den Namen des Prozess, der zu den ersten Self-Porträtten angeboten hat. Tja, das kennen wir noch. Das war der Dargerian-Prozess. Aber was können wir denn noch sagen? Who cares, kann man sagen. A real visionary, not capturing. Das ist jetzt interessant. Also ich glaube, wir nutzen mal Who cares. Einfach mal so, zum Spaß. Who cares? Diese Klasse ist hella Bullshit. Ich werde es nicht sagen, dass du das gesagt hast und ich versuche, dass du noch eine andere antworten kannst. Sorry, es gibt keine Zeit. Ich meine, die Klasse ist fast vorbei. Oh. Well, thanks for the warning, Max. So, the Dargerian-Prozess made portraiture quite popular. Das ist interessant. Mainly because it gave the subjects clear-defined features. You can learn more when you finish reading the assigned chapters. Clearly, Max doesn't have the, uh, time. Hey, guys, don't forget the deadline to submit a photo when the everyday heroes... Time to change time. ...with the winner to San Francisco, where you'll be fedded by the artwork... First, let's make it real easy to capture Mark Jefferson. Zurückspulen konnten wir nicht. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. I have to warn David about Jefferson and the darkroom. Okay, ähm, wir sind wieder zurück. Was liegt denn da? I should be able to track down David's number from the school pamphlet. Oh mein Gott, okay. Ähm. Found you. Okay. David Madsen. Warren Davids. For once, David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. You have to just fine participate. By putting yourself out there in the work. No matter who wins. This is just a bump on a bigger rope. Interessant. You wanted me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. In Jefferson. You'll be going to prison. I only want to share with all of our fans what happened. It's the past within the past. Am I pushing myself too hard? Natürlich. Jetzt kriegen wir natürlich Probleme. Ähm. It doesn't matter what happens to me. I have. Victoria. It's nice to know how you really feel. My phone is dead and I'm bored. Time to bust out my posy. Why did I give up the word for the image? Because I suck. But Mark Jefferson rules. Everybody is here. Everybody in here loves him. But he only seems to care about Max Caulfield. I want to hate her, but she wouldn't care. Envy is a sin. Vic. Get over yourself. Interessant. Wir kriegen die guten Seiten von Victoria mit. So you'll be here to get your fancy camera, Victoria. Ja. Okay. Ähm. Guck mal hier. Kate. Wir können sie comforten. Hi Kate. Oh. Hey Max. Kate. Listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max. That makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Thanks. You always know the right thing to do. Das hoffe ich mal. Ähm. Gut. Dann. Was ist das denn hier überhaupt? Oh Rachel. I'm sorry. Rachel Amber forever. Ja. Sie können wir nicht mehr retten. Leider. So. Und ich will natürlich auch wieder nichts verpassen. wie in allen anderen Episoden auch. Deswegen schauen wir uns hier natürlich erstmal um. Und äh. Schade, dass wir nicht zurückspulen können. Können wir eigentlich zurückspulen? Ne. Können wir nicht. Wir können nur wir können nicht zurückspulen. Ich hätte ja auch gerne. Ja. Ich hoffe mal, dass David das auch hinbekommt. Aber ich glaube, ich hab da so meine Zweifel, weil es schon, weil es so ein bisschen am, am Anfang am Anfang der Episode ist und äh, das klärt sich nicht so schnell. Ganz sicher nicht. So. Photo Equipment. Ich kann nicht die Kameras schämen, aber ich denke einfach, Jefferson benutzt sie. Äh. Okay. So. Hier gibt's noch Books. Just a week ago I was so naiv about art life the world. Ja, das stimmt. Ähm. Ah, Paperball. Paperball. So, hier. Ja. Okay. Sind wir dann bald fertig mit dem Kuchen. Das ist das gleiche wie vorher. Das ist auch das gleiche wie vorher. Die Kamera. Okay. Ähm. Gut. Dann gucken wir uns sie mal an. Von dem. So, und jetzt können wir ihm ein Foto geben. Tatsächlich. Ich sehe direkt durch deine Scheiße, Jefferson. Jeder andere will auch. So, dann händen wir ihm mal das Foto. Mr. Wir müssen sprechen. Kannst du sehen, dass ich jetzt mit Mr. spreche? Ja, ich sehe. Aber vielleicht nicht. Äh, und warum nicht? Halt Viktoria. Are you okay, Max? I will be when Viktoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody. To destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Viktoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I I didn't You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now, do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. That's okay, too. That was kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, that was easy. No, it wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell, the first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent. Or guilty. Ah. Well, thanks for the photo, and maybe both of us will be jet setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out Mr. Jefferson. Ha. Und was hat das jetzt gebracht, ihm das Foto zu geben? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber wir werden das bald erfahren. die ganzen Fotos wird es nicht geben. Ach, das hat dann geklappt tatsächlich? Das erschien mir ziemlich einfach. Das erschien mir kann nicht so einfach gewesen sein. Also bis jetzt scheint alles in Ordnung zu sein, aber wenn das das Ende von Episode 5 ist, wäre das ein bisschen enttäuschend, aber das ist natürlich wahrscheinlich eher nicht der Fall. Okay, du bist okay, Max, du bist sicher, auf einem Flugzeug. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. da stand nur local teacher arrested, aber noch haben wir nicht alles gesehen. noch haben wir nicht alles gesehen und ich würde ehrlich gesagt die Zeitung umdrehen wollen. Jefferson und Prescott. Das hat tatsächlich geklappt. Two Moon Diner amidst all all the environmental chaos in Arcade Bay such as okay das ist wegen dem bla 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 Blackwell security uncovers bunker and scandal acting on a series of tips from David Madsen police officers descended Tuesday on a bizarre underground chamber allegedly used by teacher Mark Jefferson and student Nathan Prescott to drug kidnap and photograph young women although there were no other signs of physical or sexual assault on the on the victims the disturbing revelations have sent shock waves through the tranquil city of Arcadia Bay even Sean Prescott the most powerful businessman in the area is under investigation for this role for this role as owner of the farmhouse where the high-tech darkroom studio was located continue to play to the next page no there is not next page but it seems to be good to be good interesting interesting then moment I dacht gerade da sitzt mr jeff is nur ein tipp mit einer brille hot dog man forever chloe and i used to totally play the video game and watch him all the time when we were innocent ja kenne ich nicht was haben wir noch schön so und window so weird to be in between realities everything is out of focus and in the distance richtig also es wundert mich gerade auch ein bisschen ja es sieht ein bisschen komisch aus ich hoffe wir stürzen nicht ab das wäre auch tragisch mr jefferson prescott things have been hektik to say the least i totally get it principal wells that's a smart way of telling me to stop we are proud of you for representing blackwell at the everyday heroes contest i know i'm not exactly the guide you wanted in san francisco but we all want you to have a great experience here i already am and we're not even there also ich finde das foto jetzt nicht sonderlich gut um naja das ist ja nur sie die auf ihre fotos steht aber gut max you're not just screwing around with time tja was passiert hier sie blutet immer noch aus der nase aber aber dass wir jetzt tatsächlich nach san francisco kommen zu diesem contest das hätte ich echt nicht gedacht dass das passiert also dass wir das im spiel machen ich dachte das wird einfach nur so erwähnt aber wir switchen tatsächlich locations aber das ist mir alles zu happy im moment ich denke ich san francisco ist so cool und diese gallerie ist groß so ist das buffet wenn ich schimpf auf der füge wissen was ist so dass ich keine kaviar das ist dein das ist und mit so vielen Influenzialen Menschen hier wie möglich. Work the room. Ich weiß nicht, ich fühle mich so weird, als ich ein kleiner Kind mit den Adults. Max, nach dieser Woche, du bist bestimmt nicht ein kleiner Kind mehr. In fact, du bist ein Noteworthy Adulter, die von deinen Peeren honoriert. Jetzt musst du beginnen zu actieren, wie die Fotografie du willst. Hell, ich wollte in der Lage sein, der große Schule, ein Tag. Also habe ich angefangen, zu tun, als ich jung war. Ich frage meine peeren Klassiker. Max, ich werde das Kaviar essen, so dass du nicht musst. Ich bin besser in da und starte schmoozing. Du weißt, ich werde nicht immer hier sein, um zu tun. Aber du kommst und mit mir sprechen, wenn du willst. Komm mal, Max. Nach dem, was passiert, sollte das das leidens schreckliche, was du schon getan hast. Okay, da fokussiert sie sich endlich mal auf das, was sie eigentlich machen soll. Strange. Ah, die ist ein bisschen, die ist, ich mag's nicht, wenn die so cheesy wird. Okay. Nie on a art. Ah, das ist, äh, ironisch, aber wahr. Was? Pretentious alert? Speed. Are you Max Caulfield? Bravo on your entry. I'm the art critic for Iris N Magazine and we would love to include you in a piece about future trendsetters in photography. Natürlich. I'll send you the details this week, if that's okay. Congratulations for your piece. Genau. So, dann schauen wir uns mal ein paar Fotos an. So. Okay. Ja. Ja, ein bisschen Klischee. Ja, okay. Ja. Ja. Okay. Ja, das ist auch so ein bisschen Klischee, dass da hier, ja, geht so. So, mit ihm können wir auch noch sprechen. Aha. Gut. Bin ich der Einzige, der jetzt nicht so beeindruckt ist von den ganzen Fotos? Ja, ja, genau. Ich bin die, die. Ja. 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 Ja, welpt uns, so ein Schoel ab. Das macht mich so sad. Wie ich war in der Hochschule. Ah, ja. 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 spezifische Aktionen, nicht nur Abstraktionen. Der Zeitgeist ist dieses Jahr ein bisschen unnötiger Dinge. Ich werde immer so inspiriert, wenn ich hier komme. Die Frau hier guckt sich, äh, diesen Feuerwehrmann an. Was ist das für ein Akzent? Das ist ein komischer Akzent. Aber ich kann es nicht einordnen, irgendwie. Haben wir doch ein Flugzeug gesehen. Das sieht komisch aus. Den haben wir im Flugzeug schon gesehen. So, hier haben wir, ach, guck mal, hier ist unser Foto tatsächlich. Ja. Das ist Max Koffels Foto. Ja, also im Vergleich zu den anderen ist es tatsächlich besser. Auch wenn ich es jetzt vom, ja, von der Idee jetzt auch nicht wirklich interessant finde. Ich finde es eher ein bisschen Klischee. Das sind ganz normale Soldatenporträts. Das ist das da hier. Okay, sieht eher aus wie ein Comic. Sieht eher aus wie ein Comic. Also es sind Zeichnungen, glaube ich. Denke ich mal. Naja. Hier, mit der. Können wir, können wir mit der reden? Excuse me, I just wanted to tell you how much I loved your photograph. Okay. I've seen a lot today, but there's something powerful and understated. Ja, ja, powerful and understated. Ach, guck mal, hier, hier ist, hier haben wir Chloe und Max. So, und dem können wir auch noch hin. Ja, ja, das, äh, das könnte ich auch sagen. So, dann gehen wir mal zu unserem, ach, guck mal, hier können wir uns, äh, hinsetzen tatsächlich. Das habe ich nie gemacht. Ich habe das immer sehr, äh, geschickt, avoided, sozusagen, vermieden. Dann setzen wir uns mal hin. Was soll's? Ha? Ja. Ich kann das nicht sehen, diese Woche. Ich wünsche Chloe jetzt mit mir hier. Without ihr, ich konnte nicht listen! Jefferson? Och sie hat mich immer so schnell schockatamente an meine Fotos vertreten. Auch das fühlt sich so trivall. Nach dem, was hat mit Rachel. Und Kate. Aber für Whatever Reisende, Na ja, hoffen tun wir das natürlich auch. Trotzdem, na ja. Wir stehen mal auf, laufen auf unser Foto zu und schauen es uns an. Hi, und da ist sie, um den Tag zu schützen. Hey, hi. You did it, Max. You're a real artist. At least for today. Jetzt passiert das. Max! Chloe! Hey, are you okay? We lost you there for a second. Your nose. I'm okay. Jet lag. High altitude. Oh, you left the ringer off, idiot. Oh, come on. Please answer. Max, holy shit, bad provision. It's true. You just saw the tornado. It's coming. What? What? Oh, no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm on the beach. Chloe, can you hear me? Hello? Hello? Oh, no. Oh, no. Whoa, whoa. Oh, no. Oh, no. No. Vielen Dank.